Willkommen zurück bei Spectre of Torment. Der Donovan ist in der Vergangenheit und will ja für den Luan dieses Amulett besorgen, aber es stellt sich uns jemand in den Weg. Und ich war letztes Mal urschlecht und hab sie kaum troffen. Naja, geht mir jetzt ja auch nicht anders. Weil sie einfach voll schnell ist. Und ich kann sie nur von hinten erwischen. Wenn sie hüpft so unkontrolliert, das ist echt nicht einfach. Aber zumindest hab ich mein Geld wieder. Ach, und dieser Schild. Ich könnte natürlich diese Sachen auch da mehr verstreuen, das stimmt schon. Hier hab ich irgendwie nicht so bedacht gehabt. Ah, ich hab aber so wenig Leben. Und ich hüpfe genau rein. Eieieieiei. Ein harter Kampf. Ach, sie ist so schnell. Sie ist einfach viel zu schnell. Nein. Ay, 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 ay. Ein harter Kampf. Und sie besiegt mich. Oh, shit. Oh, knapp. Puh. Das war jetzt ganz schön heavy. Donovan, der Turm stützt um uns herum ein. Wir müssen sofort hier weg. Als Feigling kenne ich dich ja gar nicht, Luan. Wir gehen, sobald wir unsere Beute haben. Keinen Schritt näher. Ihr habt es hier mit Mächten zu tun, die ihr nicht begreift. Bitte, Donovan, ich flehe dich an. Lass doch dieses Amulett. Das ist es nicht wert. Niemals, aus dem Weg. Wieso? Er macht es doch für ihn. Wieso greift er ihn jetzt an? Ach Gott, so ein Idiot. Mann. Hat das da jetzt, das Amulett? Ist das das Amulett, was er da immer in der Hand hat? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Die Unsterblichkeit wird sicher irgendwann langweilig. Die meisten von uns verlorenen Seelen freuen sich, irgendein Ziel zu haben. So, hallo Gernot. Mein Herz wird kalt. Skelettwächter. Beschwört einen Skelett-Sniper. Drücke A. Ja, okay. Was auch immer ein Skelett-Sniper ist. Ah, dieses Kurio ist gut bewacht. Ich kann dich dorthin führen. Dieser Bereich ist auch verflucht. Wähle deine Schritte mit Bedacht. Was, der Sniper hat er jetzt einfach so? Durchwende? Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ah, der bleibt ja noch stehen. Okay, das ist ja cool. So, nun, wie komme ich da jetzt drauf? Mann, du bist dumm. Oh ja, das gefällt mir, dass ich nicht sterbe. So, aber wie soll ich ihn den da jetzt besiegen? Ich kann ja auch nicht nach oben schlagen. Ich muss ihn von da schießen. Okay, mit einmal... Ach, der wird hinter mich geschmissen. Einmal drücken, taucht er auf. Nein, das ist zu weit unten. Ach so, ich kann ja nicht angreifen. Hm. 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 Jetzt bin ich vollkommen überfragt, was ich da machen soll. Weil ich komme da ja nicht rauf. Hä? Hä? Wie ist das jetzt? Hat er die jetzt zerstört? Na, falsche Richtung. Egal. Exzellente. Ich glaube, wenn der Skelettritter wieder verschwindet, dann macht er eine Explosion. Ich habe das nur so halb gesehen, irgendwie. Keine Ahnung. So, was hast du noch für Rüstungen? Zerstörte Kontrollpunkte verringern maximalen Willen, doch Angriffe sind stärker. Mäh. Schal des Schlägers. Halte zum Aufladen Y gedrückt und entfessle beim Loslassen einen mächtigen Sensenschlag. Das ist auch cool. Aber? Ausrüstung. Hoppala. Kann ich die irgendwie wechseln wieder? Nein. Kann ich den nach unten auch noch machen? Nein. Jetzt kann ich den Slider nicht mehr machen. Hoppala. Ha. Okay, die muss ich da auswählen dann. Oder? Ah. Ein Controller, Entschuldigung. Okay. Die kann ich da dann auswählen. Gut. Falls ich die mal brauchen sollte wieder. So. Hab ich was vergessen, meine Liebe? Ups. Den will ich nicht. Ich geh auf die Kralle. Ich hab nichts, Bekti. Sag dich doch schon. Er. Wer ist denn er? Super Skelett. Ich bin der Phantomschläger. Bist du gar nicht. Ja, ja. Ich weiß. Ich bin nicht wirklich der Phantomschläger. Hab ich dich dran gekriegt? Wenn du hier bist. Wer bewacht dann mein Versteck? Uah. Ah. Er? Wart jetzt einmal. Ist das der Skelettkrieger, den ich nicht bekämpfen hab können? Und dort wär der ein Specter Knights versteckt gewesen, oder was? Weil der Lichthof ist ja ein Specter Knights Gebiet. Ja, das kann sein. So, wir verbessern die Sichel. Ja, birgt Gold. Sehr gut. Uah. Riesig. Und wir verbessern... Er ist nicht in Verwendung die Zeit vielleicht? Vorher hat er noch mehr Geschosse ab und hat mehr Gesundheit. Hm, ich nehm die Zeit. Weil ich bewege mich ja gleich schnell, auch wenn's langsamer ist, oder? Ich bewege mich doch gleich schnell. Moment, das werde ich gleich mal austesten. Ja, ich bewege mich normal. Na gut. Geist. Wow, was bin ich doch gerne tot. Danke, Specter Knight. Hä? Okay. So, bring mich bitte woanders hin. Mir gehe ich Uhrenturm Tinker Knight. Wenn der das wieder so macht mit Hin- und Hergefliege. Oh, meine ich... Nein, ich meine den Propeller Knight. Was war denn dann? Tinker Knight. Uhrenturm. Das ist gar nicht das, was ich gemeint habe. Ich habe die ganze Zeit von dem geredet, was so in hoher Luft spielt. Wo viel mit Aufwind und so passiert. Das ist was anderes. Oh, das ist dieses Uhrwerk. Ich weiß schon wieder. Sprinten und schlagen. Da kann ich nicht klettern. Ja. Habe ich mir gedacht. Vielleicht geht sich das in dem Part aus. Das wäre nicht so schlecht. Ja, erste Kiste. Das Geld gehört mir. Knapp, knapp. Okay, der schmeißt da wieder irgendwelche komischen Sachen. Hm, wie komme ich rauf? Ich kann nicht so hoch hüpfen. Was ist denn jetzt da? Da die, da die, 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 die. Muss ich den jetzt da besiegen? Mit der Sichel? Und dann erscheint irgendetwas, wenn der tod den khác wird? Nö. Hä? Da runter werde ich ja nicht müssen, oder? Nein. Bitte, wie jetzt? Was? War da irgendwann eine Maus, mit der ich rauf hätte können? Nein. Ah, okay. Das weiß ja keiner. Alles klar. Hopps und hopps. Alles klar. Ich glaube, da ist vielleicht was. Oder ist nichts. Nichts. Ich heile mich mal. Okay. Er schickt wieder solche Sachen. Gut, aber da war noch ein Zahnrad. Das habe ich nicht gesehen. Oh nein. Oh. Da hätte ich eins gebraucht. Nein. Oder auch nicht. Das geht nämlich so. Hm. Da, 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 die. Da, 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 die. Man weiß halt nicht, ob man die jetzt alle besiegen darf, oder eventuell nicht. Oh, oh Gott. Schreckt's mich doch nicht so. Essen. Cool. Hm, 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 hm. Oh, und die zerquetschen mich da. Nein. Denen muss ich da rauf. Und so, und so, und so, und so, und nochmal, und nochmal. Ja. Oh Mann. Brauche ich da vielleicht schon meine verlangsamen Fähigkeit? So. Da bleibt aber nichts oben. Okay, da muss ich mich beeilen. Ja, das geht. Ohne Fähigkeit sogar. Hm, 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 hm. Da, da, ne. Und yes. Guter Sprung, gut gemacht. Da, 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 da. Warum ist nichts versteckt? Oh, entschuldige. Ich hab dich nicht gesehen. Und ich bin hinuntergeschlitzt. So, warte, Geld. Wir lassen nichts liegen. Okay. Und hinab. So, Achtung. Ich brauche meinen Skelettritter, wenn ich das richtig sehe. Nein, nicht so. So, ja. Weil da drüben ist vielleicht was. Yes. Es ist was cooles hier. Aua. Und ich sterbe noch. Oh nein. Da, 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 da. 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 Brauche ich den? Egal. Ich hab's geschafft. Und noch mehr Magie. Erhöht maximale Finsternis für mehr Kurios. Und ich glaube, das war's mit Kurios. Mehr gibt's da gar nicht. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir unser Leben auffüllen. Achtung, Zaken. Zurück, bitte. Den Apfel nehm ich mit. Oh Gott. Kann ich das auch irgendwie wegschlagen? Nein, kann ich nicht. Ach, okay. Puh. Puh. Dam, 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 dam. Dam, dam, dam. Da drüben ist ein Korb. Erwartet auf mich, ich hole ihn. Aber weh. Dieser Schlag von unten geht gut. Dam, 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 dam. Und das hat mich voll getötet. Oh nein. Kein Problem. Ich schaffe es auch so. Dem Level ist einmal wirklich coole Musik. Sonst ist die eher so, dass man nicht mit swingen kann. Oh nein. Fahrergebiet. So. Wer kommt? Ah, jetzt nicht. Ah. Shit. Komm, lass mich runter. Weg. 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 Weg mit euch. Ich muss hier hinauf. Oh yeah. Da kommt schon wieder so ein komischer Geist zu mir. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh yeah. Oh, das war fehlend. Ich bin tot. No. Was? Ich bin erst beim zweiten Speicherpunkt. Oh shit. Nein. Was machst du, Spekti? So, okay. Das bin ich. Ah. Auf dem einmal oben. Aber ich bin schon viel zu weit vorne. Okay. Wir versuchen es noch einmal. Komm her. Okay. Ist ja gar nicht so schwer. Das sagt sie jetzt so leicht. Warte mal. Wenn ich... Hoppala. Wenn ich da den Schlitzer werfe... Okay. Das sammelt man nicht so was ein. Dann halt nicht. Ich hab glaub gesammelt vielleicht Totenköpfe ein. Wo muss ich denn jetzt hin? Nein. Okay. Es geht hier entlang. Oh yeah. Oh no. Aua. Stirb doch. Will das Geld... Dann nehmen... Dann, 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 dann... Ah. Shit. Nein. Nein. Wieso? Dann, 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 beim Nuclear cutesy. Dann, 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 beim affirmieren. Pass auf! Er will mich zerquetschen. Oh, mit einem Schlag hin mit der Kralle Das ist auch nicht schlecht So, okay Ich hab zumindest meine ganzen Sachen wieder Das ist gut Und hopps Vorsicht, das dreht sich herum Ähm Wie soll ich denn das jetzt tun? Hopps Hopps Ah Ich glaub, das war nicht richtig gemacht Ah, was ist das? Heilen Das sind irgendwelche Schalter, oder? Ja Ah Ah Mann, das ist jetzt der Unkel Nein 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 Ah Ach 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 Na geh Geht sich das aus, wenn ich da über oben gehe? Nein, das geht sich ja nicht aus. Ich will doch nur den Totenkopf. Was soll ich denn das machen? Zeit verlangsamen. Du bist so ein Honk. Zeit verlangsamen, das ist die Chance. So. Ach, das ist falsch. So. Okay. Wetten wir das auf. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wie ich da drauf kommen soll, zu diesem Diamanten. Ich lasse das einmal. So, weiter geht's. Hops. Ah, geschafft. Oh no, nix ist geschafft. Wieso haltest du dich nicht an? Oh, okay. Mann. 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 Oderk. Okay. Mann. Mann. Zweimal Unten durch Und drauf Okay Komm schon So Mein Leben Okay Den Doktenkopf muss ich leider Lassen Nein Sonst hätte ich das nicht mehr geschafft Vielleicht hole ich den Irgendwann noch einmal nach Aber es ist ja eh kein 100% Let's Play Also Ja Wie gesagt Jetzt nicht so tragisch Ah da ist noch was Das Geld nehmen wir natürlich auch mit War ich jetzt 5 Minuten lang still Oder so Fühlt sich so an So wir sind beim Boss Tinker Knight Was bist du überhaupt So eine Art Gespenst Raus aus meinem Laden Ich hab zu tun Die Verzauberin würde gerne mit dir reden Wir müssen eine Armee aufstellen Fähige Ingenieure sind rar Ha Du magst ein Laufbusche sein Ich aber nicht Zeit Dass ich kurz einen Prozess mit dir mache Oh oh Hallo Na komm her Huh Aua Wie soll ich in dem ausweichen? Hallo? Okay, erste Phase haben wir erledigt, aber wir wissen ja, der liebe Tink erneint hat. Zwei Phasen. Was? Wie soll das gehen? Okay. Ah! Jetzt kämpft er da hinten, okay? Okay. Ja, Moment. Hilfe! Jetzt ist er wieder so weit vorne. Ach, Mann, 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 Mann. Ach, Gott. Ah! Nicht stürz ab! Komm schon! Shovel Knight. Ah, du bist nicht Shovel Knight, entschuldige. Du bist ja Specter Knight, los! Aber wie komme ich da rauf? So, jetzt bin ich wieder oben. Komm schon! Ja! Puh, geschafft! Mein Herz rast! Ja, das war wieder ein urschwieriges Level. Eine schwierige Stage. Ich denke mal, wenn ich den Part hochgeladen habe, werden ein paar von meinen Fails rausgeschnitten sein. Puh! Aber ja. Ich glaube, das ist sonst zu fad, wenn ich mich da an einer Stelle fünfmal fehlen setze. Okay. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wir haben jetzt noch, glaube ich, zwei Level vor uns. Bin mal gespannt, was da noch so wartet. Wer gern mag, kann ein Like da lassen. Ich würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.